Guten Abend liebe Leute, Daily ist angesagt und ich habe jetzt gerade nochmal ein bisschen gecuttet, ein bisschen gerendert, ein bisschen Audio-Files draus gemacht und so weiter. Und ich habe auch die Präsentation fertig gemacht für dieses How-to-Replay-Liga-Ding und wie es mit Relegation aussieht und den Deadlines für die nächste Season und wann Anmeldeschluss ist und so weiter. Aber es ist jetzt kurz vor elf und ich schaffe es nicht mehr, das alles aufzunehmen und dann nochmal so zusammenzuschneiden, wenn das auch nicht zu lang wird, sodass ich das auch morgen verschiebe. Aber morgen gibt es dann das Ganze, was die Info zur Replay-Liga-Saison angeht, die Playoffs für die erste Liga, kann ich euch sagen. Da wird auf jeden Fall erstmal das erste Spiel vielleicht auch mehr gespielt, ohne dass wir es live haben, einfach weil nicht alle vier Leute auf dem gleichen Termin Zeit haben. Das ist ein bisschen ärgerlich, wäre natürlich das Coolste gewesen, wenn wir alle vier Leute zusammenkriegen, aber das passt leider nicht so. Also schauen wir mal, ob das erste Spiel replay wird oder die ersten beiden oder vielleicht sogar alle drei, weil das ist natürlich die Möglichkeit, die da ist, dass einer von dem ersten Spiel sich auch komplett durchspielt. Dementsprechend müssen wir da mal ein bisschen abwarten. Ansonsten, heute gestreamt, ich weiß nicht, irgendwie kam mir der Stream unendlich lang vor, obwohl er gar nicht so lang war. Ich habe immerhin mit Potas mehr gewonnen als verloren, nach Ewigkeit mal wieder, das ist gut, sodass ich da wieder ein bisschen positiv nach vorne gucken kann. Und dann muss ich mal schauen, wie es morgen aussieht und wie es eventuell Samstag oder Sonntag aussieht. Samstag muss ich auf jeden Fall pfeifen. Das heißt, es könnte entweder morgens ein Stream geben oder abends, vielleicht auch beides, wer weiß. Sonntag ist Handball angesagt, ich glaube um 17 Uhr ist Anpfiff, das heißt, da könnte es vielleicht vorher ein Stream geben, je nachdem, wie viel ich noch vorbereiten muss für Handball. Und sonst gibt es Sonntag halt mal Stream frei und das ist so, was die nächsten Tage anliegt. Also morgen auf jeden Fall Repay-Liga, Info, neue Saison und Relegation und Co. Und natürlich auch ein weiteres Türchen vom Adventskalender. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und hoffe, dass ihr euch ein bisschen auf morgen freut, mit wem ihr da so ein bisschen Zeit verbringen könnt im Talk oder mit wem ich Zeit verbracht habe und ihr es euch anhören könnt und so weiter. Also ja, schönen Abend, gute Nacht, kommt gut in den Freitag. Bald ist auch mal den Leute, haut rein!